Liebe Teilnehmerinnen der MOOC-Serie Digitales Leben, mein Name ist Matthias Steinböck. Ich bin seit dem ersten Teil der MOOC-Serie Digitales Leben an der Erstellung dieser Kurse beteiligt. Hinter allem, was Sie hier sehen, steckt eine Menge Arbeit, von der Konzeption über die Organisation bis hin zur konkreten Umsetzung. Viele Menschen arbeiten hinter den digitalen Kulissen, damit der MOOC so vor Ihnen stehen kann, wie er ist. Ich freue mich sehr, dass aus unserer anfänglich kleinen Idee eine mittlerweile fünfteilige Serie geworden ist, mit zahlreichen spannenden Vortragenden und hunderten Studierenden, denen wir einen Einblick in den so facettenreichen Prozess der digitalen Transformation geben konnten. Ich bin Informatik Doktorand an der Uni Wien und schreibe eine Dissertation über Serious Games Design und Digital Game Based Learning. Für diese Dissertation habe ich auch die Gamification Significant Terms für die MOOCs Digitales Leben 3, 4 und 5 entwickelt. Die soll Ihnen Spaß machen, aber auch zeigen, wie sich Ihre Videos inhaltlich von der Zusammenstellung der Lektionen unterscheiden und welche Inhalte Sie als Lernende vielleicht mehr interessieren als andere. Auch das Redaktionsteam möchte möglichst viel aus den Significant Terms mitnehmen. Die inhaltliche Auswertung soll dazu beitragen, die Lernerfahrung der Studierenden im MOOC zu verbessern. Das geht aber nur, wenn Sie nach Ihrer Teilnahme an Significant Terms auch die Zustimmung zur wissenschaftlichen Nutzung Ihrer Daten erteilen. Ich werte die Videos selbstverständlich anonym aus. Ihre Daten werden mit niemandem sonst geteilt und schon gar nicht verkauft, sondern ich nutze sie ausschließlich für die Gamification-Analyse in meiner Dissertation. Den Link zu Significant Terms finden Sie unter jedem Video der Digitales Leben MOOCs 3, 4 und 5. Dort finden Sie auch eine genaue Anleitung dafür. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Significant Terms nutzen. Im Namen des gesamten MOOC-Teams vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Serie. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Significant Terms. Und bitte nicht vergessen, der Datennutzung zuzustimmen. Helfen Sie einem motivierten Doktoratsstudenten bei seiner Forschung. Danke.